Okay, angreifen kann ich jetzt nicht. Ich muss diesen blöden Bauern decken hier. Unangenehm. Boah, mein König, ey. Steht so scheiße. Ist gedeckt, ne? Okay. Oh, ist der Turm weg? Zurück zum Turnier. Direkt weiter. Was war das denn? Gegen Dragon Hunter. Wo kommt der denn? Mit 11,22? Okay. Mit 11,64? Italienisch? Naja, wenn er wirklich 11,64 hat, dann sollte das kein Thema sein. Was ist das denn? Okay, wie ist der denn so weit nach vorne gekommen? Mit 29 Punkten. Das ist ja lustig. Und er opfert eine Figur hier. Was macht ihr hier? Oh, ich kann ja nicht so richtig nehmen vielleicht, ne? Springer F7, Turm F8, dann kommt er nicht wieder raus oder was? Okay. 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 ich würde gerne hier wieder zurück dame hat im schach ist sehr stark jetzt die dame ist angegriffen er muss die dame ziehen er lässt die dame stehen also ich weiß wie kann das so weit nach vorne gekommen sein das verstehe ich nicht mit 29 punkten so jetzt muss ich schauen dass der schnell matze hier irgendwie dafür bräuern und party